Wir könnten uns höchstens mal schnell hier da die Stufen draus machen und ein paar von denen. So, dann machen wir einfach mal die Hälfte. So, und dann machen wir auch hier so, lalalalalala, 36 sollen genügen. Äh, nee, so. Und so. Gut, so. Dann geht's jetzt auf, ein klein wenig um, basteln. Ja, 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 basteln, wie schön. Ah, ihr habt mir gefehlt. Und meine schwarze Bergfeste hat mir auch gefehlt. Obwohl ich ja eigentlich jeden Tag bei euch war. Ich hab's ja geschafft, Freunde. Ich hab's mal wieder Vollgas durchgezogen mit WoW und Minecraft, dass jeden Tag mindestens eine Folge kommt. Und beim LPT, da wird's so sein, dass... Aber ich muss noch weiter hoch. Ähm, im Januar wahrscheinlich die ein oder andere Folge mal ausfallen wird, aufgrund der zeitlichen Probleme, die wir hatten. Dass wir da nicht mehr aufnehmen konnten. Und jetzt durch den Jahreswechsel, der werte Kollege Bruzzi natürlich dann auch verdienterweise zu Hause bei seiner Familie und so weiter ist. Äh, und er da keine Zeit hat aufzunehmen. Aber da haben wir ja so gegenseitig so ein bisschen das Verständnis, weißt du? Von daher im Januar vielleicht die ein oder andere kommt nicht. Nicht traurig sein, deswegen... Hups. Wird alles irgendwie geregelt. So, ähm... Äh, äh, Manu. Oh. So, vielleicht sollte ich da dann die hier nehmen. So, was kommt von sowas, Freunde? Hälfte schon wieder vergessen. Ähm, warte mal. Oh. Oh. Ähm, äh, nee. Wie macht man das? Hier einer. Eins, zwei, drei. Hier einer. Eins, zwei, drei. Hier einer. Eins, zwei, drei. Hier einer. Zwei, drei. Hier einer. Hm. Nö. Warte mal. Wenn man den dann... So, der ist doch hier einsetzt, ne? Eins, zwei, drei. Hier einer. Eins, zwei, drei. Hier einer. Eins, zwei, drei. Hier einer. Eins, zwei, drei. Ach, das ist doch alles doof. Doof. Ich hätte hier gern noch so einen Abschlussposten gehabt. Obwohl, das sind auch nur zwei, ne? Äh, aber warte mal. Eins, zwei. Zwei. Ach, ist das schon wieder kompliziert? Ist das kompliziert? Gnarrf. Drei. Drei, 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 drei. Wenn man das erhöht auf vier. Quasi. Ich nehme hier unten mal ganz kurz ein bisschen das Zeug weg. Jetzt habe ich natürlich genau die, die wir jetzt gerade wichtig sind, fallen lassen. Aber das macht nichts. Den holen wir uns. Den werden wir uns schon holen. So, hierher Steine. Ihr seid aber nicht weiter runter, oder? Nö. So, prinzipiell will ich ja hier einen haben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann ist das so. Neidet man hier diesen Zweierstandard und ich habe kein Bett hier. Ach, da, gucke. Sehr schön. Äh, gute Nacht. Guten Morgen. Ähm. Ja, genau, diesen Zweierstandard Abstand. Und den Rest, den bauen wir dann so hin. Aber ich sollte mir vielleicht noch schnell ein paar von diesen... Ach, ne. Vielleicht langt's. Vielleicht auch nicht. So. So. Langt leider nicht. Also, haben wir jetzt ein bisschen größeren Abstand. Schauen wir mal, was draus wird. Na? Om, nom, 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 nom. Jetzt muss ich mal eben was gucken. Ach, ne. Passt schon. Ich hatte mal irgendwas gelesen von irgendeinem komischen Umhang. Äh, von... Wie hieß es denn? Scrolls. Dass man den wohl haben soll. Ja, sollte. Ich höre mich momentan so ein bisschen nasal an, weil ich, äh, ein bisschen verschnupft bin. Ich weiß nicht. Irgendwie, jedes Mal, wenn ich nach Hause fliege, äh, bin ich so ein bisschen, äh, verschnupft. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Nacht immer durchmache, weil, ähm, man muss ja irgendwie nach internationalem Flugrecht, oder was das ist, äh, Fluggesetz, Gedöns, ähm, was waren das, zwei oder drei Stunden, ähm, in einer sicheren Zone sein, dass da auch, äh, was weiß ich, hab mich damit nicht besonders beschäftigt. Man muss nur, man geht zum Check-In und dann, wenn man zum Boarding möchte, dann dauert das, dann muss der dann wieder Ewigkeiten am Flughafen rumeiern und, naja. Alles ein bisschen, kompliziert. So, dann machen wir das so, so und so. So, so und so. Kann man, denke ich, lassen. Kann man, denke ich, nicht lassen. Oh, das war jetzt, äh, 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 nicht so beabsichtigt. Ich glaube, hier gehe ich ganz einfach stumpf so runter, oder was sagt ihr? Ja, doch, so kann man das machen. Ja, ich habe ja, wenn ihr das hier seht, ähm, eine Umfrage hatte ich ja gemacht, wer denn als nächstes etwas in Nebellände Tag und Nacht bauen möchte. Und da bin ich mal gespannt, wer es denn dann im Endeffekt wird. Doch, so kann man das. So kann man das. So. Die könnte man in der Theorie auch wieder vers... Ne, das machen wir nicht. Da versetzen wir nichts. Obwohl, nur mal kurz zum Abzählen. Da sind es eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann wäre das wieder ein Zweier. Ich glaube, das werde ich auch so machen. Pass mal auf. Ach, dann passt das hier wieder nicht. Okay, ich meine, unser Gang hier... ...passt sowieso nicht so wirklich. Ah, das sind wieder Ausbesserungsarbeiten, Freunde. Das glaubt mir kein Mensch. Hier kommen wir noch hoch, oder? Ja. So, pass mal auf, weil wenn wir hier schon mal dabei sind... ...machen wir mal Folgendes. So, und zwar werden wir hier unsere Zinnen weiterbauen. Damit das alles so ein bisschen burgig aussieht. Bin ich mal gespannt. Ob sich das aufgeht. So, das wäre ja dann hier. Aber da müssen wir dann auch erstmal gucken. Ach, hey, Jemini. Ja, ob ich hier jetzt dann so ein Dach drüber baue oder nicht, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie schaut denn das jetzt vom etwas weiter weg aus? Müsste jetzt eigentlich ganz gut aussehen in der Theorie. Komm ich... Oh... Äh, nee. Gut, dann nehmen wir doch die Treppe. Mann, Mann, Mann. Wieder total verpeilt am Anfang von der Folge. Äh, der Aufnahmesessions. Om, nom, 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 nom. Dabei will ich doch grundlegend doch nur gucken, wie es aussieht. Na, also von unten sieht das ja schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Jetzt müssen wir hier dann natürlich noch ein bisschen verkleiden und so weiter. Weil ich dann noch weiter weggehe. Ach ja, so langsam nimmt doch alles Form an, Freunde. So langsam nimmt alles Form an. Ah, super. Sehr gut. Na doch. Kann man so lassen. Juhu. Ach so. Design. Ja, ich gehe mal eben fix prüfen, wie es denn eigentlich mit Holz aussieht. Weil wir werden jede Menge Eichenholz benötigen. Da wir ja das ein oder andere hier noch zu erledigen haben. Mauern einziehen und so weiter und so fort. Hier haben wir ja schon alles aus Holz, ne? Jo. Ach so. Ah, ich verstehe die Problematik. Ich verstehe die Problematik. Aber da kann man mal gucken, wenn man quasi hier... Sagen wir mal so einen Durchgang hier raushaut. Schauen wir doch mal. Hm. Soll es doch irgendwo hier mal rauskommen. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ah, jetzt. Ja, da kommen wir dann raus. Okay. Okay. Weil dann kriegt einfach der hier so ein und so ein. Und dann wird da hier ein Durchgang hergebaut. Ähm. Ja. Nee. Was soll das denn hier? So. Hier kommt ja dann dementsprechend noch eine Mauer her, wenn ich mich da nicht täusche. Also und, äh, ja. Da, äh, kommt natürlich auch noch Mauer. Gehen wir mal schnell nach oben. La la la. So. Äh. Da waren wir doch gar nicht fertig. Oder war... Hä? Hep. Hep. Mua. Hep. Nee, mager. Das ist mager. Bam, 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 bam. Hier waren wir noch gar nicht fertig. Ach, du Heimatland. Ja, hier müssen wir ja noch ein bisschen, ähm, das Zeug ausheben. Und hier müssen wir vor allem mal ein bisschen, äh, ne? Und so. Weißt du? Ist ja alles hier noch nicht mal ansatzweise so, wie ich's möchte haben tun sollen. Was sagt denn der nächste Gast, der hier zu Besuch kommt? 6 Millionen Baustellen, alle nur angefangen. Was machst du denn den ganzen Tag, sag mal? So. Ja, ich schlage mich... Oh. Ich schlage mich mit mir selbst. So, natürlich muss dann das hier so weitergeführt werden. Ja, und dann ist die Frage... Ich hatte mir mal überlegt, dass man quasi mit der Mauer hier jetzt dann so... So, erstmal so ein Stück rausgeht, bis ungefähr da, wo die zwei... Bis daher, ich kann jetzt wieder zoomen. Und dann schräg geht. Und dann ungefähr da hinten, wo ich jetzt hinzeige, auf den Erdprömpel, wieder gerade rüber. Und, ja. Aha. Hua! Habe ich es erwischt? Nö. Störb, du Schaf! Da kann ich jetzt nämlich mal schnell hier den ganzen Zuckerrohr-Bambus-Gedöns hier einmal abernten. Weil dann können wir hier schönmütig ein bisschen Mauer bauen. Also, erstmal vorbereiten. Jetzt nur nicht bauen, das kommt alles dann zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt ist hier erstmal eine kleine Ernte eingesetzt. Ach, okay. Hat mich gerade gewundert, dass die Sonne da hinten aufgeht. Ich war der Meinung, sie geht wohin... äh, unter. Sie geht woanders unter. So. So. Vielen Dank.